Hm. So, was haben wir hier? Ein Held, der das Ende des Großen Kriegs herbeiführte. Der Gründerkönig von Lothaira, dem Land der Ritter. Über König Lothaira gibt es mehr Aufzeichnungen, als man zählen kann. Die berühmteste Erzählung über ihn sind die Legenden von seiner brillanten Heldenzeit. Das Buch wird auch heute noch von vielen Schreibern neu verfasst und gilt wegen seines hohen literarischen Werts und dem sehr detaillierten, packenden Schilderungsstil als herausragendes Werk. Die Macht des unsichtbaren Drachen war unbeschreiblich. Weder Götter noch Dämonen konnten ihn besiegen. Als jedoch Bezwinger das geliebte Schwert des Königs die Luft durchschnitt, stieß der Drache einen markerschütterten Schrei aus, der Berge und Flüsse erbeben ließ. Aus der unsichtbare Drache, Seite 1324, die Legende von König Lothaira. Sehr gut. So. So. Nicht dieses Gebiet. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Geh zum Unend von König Lothaira. Na klar. Gehen wir nun mit der Krönungszeremonie. Prinz Thyrain, beugt das Knie vor euren Vorfahren. Der Prinz wird jetzt den Königseid ablegen. Als König von Lothaira sind das Böse und die Ungerechtigkeit meine einzigen Feinde. Ich verpflichte mich mit meinem Leben, meine Untertanen zu verteidigen. Abenteurerin, so reichet mir die Krone. Okay. Okay. Finde die Krone von Lake Bar... Was? Finde die Krone von Lake Bar am Podest. Achso, ich bin hier vorgelaufen. Okay. So. Tam-da-dam, tam-da-dam, tam-da-dam. Da ist die Krone. Viel Spaß. Und mit dieser heiligen Krone ernenne ich euch zu König Thyrain von Lutera. Erhebt euch, eure Majestät. Sehr schön. Drück meine Escape-Habs. Nein. Ein Dreibach ist hoch! Ein Leiblich-König! Ein Leiblich-König! Nein, Leiblicher-König! Eure Leiblich-König! Eure Leiblich-König! Eure Leiblich-König! Eure Leiblich-König! Eure Leiblich-König! Eure Hoheit! Bitte! Sir Baenath und seine Streitkräfte wurden auf dem Weg hierher von Dämonen in einen Hinterhalt gelockt. Die meisten von uns wurden ausgelöscht. Die Überlebenden haaren im Medri-Kloster aus. Sie können nicht mehr lange durchhalten. Ich... Ruhet in Frieden. Euer Opfer wird nicht vergebens sein. Soldaten, zu den Waffen. Zeit zu handeln. Wir marschieren sofort zum Medri-Kloster. Sprich mit Tyrion. In diesem Moment zieht unsere Armee zum Medri-Kloster. Finde ich gut. Der alte Mann, ich meine, Sir Bainard, hat sich um mich gekümmert, seit ich ein Kind war. Er kämpfte selbst unter der tyrannischen Herrschaft von Sherry für mich. Und jetzt ist in Gefahr. Wir sollten uns beilen. Bitte schließe dich uns an, sobald du mit deinen Vorbereitungen leckbar fertig bist. Kein Problem. Kriegen wir hin. Thyrain. Er spielt König mit seinen Zinnsoldaten. Haha, wie kann er nur so dreist sein? Bedenkt man, wie schnell er eine so beträchtliche Streitmacht aufgestellt hat, ist er am Ende doch der Krone würdig. Pah, wäre er es, strahlte der Bezwinger in seinen Händen. Nicht mal einer Latrine ist er würdig. Oder gar einem Königreich. Ich würde ihn sofort töten. Bräuchten wir ihn nicht für das Siegel des Adlers. Welches euch wohl weit mehr interessiert als mich. Ha, aber ihr braucht mich. Schließlich wollt ihr, was ich auch will. Hm, wie auch immer. Diese Feiglinge im Westen werden Thyrain niemals folgen. Es. Diese Sache wird langsam ziemlich interessant. Ja, finde ich auch. Ich bin immer gespannt, ob er wirklich das richtige Schwert hat. Ob es bloß eine Replika einfach ist und die deshalb nicht leuchtet. Aber ich weiß es nicht. Oder es wartet noch auf irgendeinen coolen Moment, das Schwert. Betreten möglich, Schimmergrad abgeschlossen. Ach cool, du kannst jetzt hier dann ein ganz normales Match dann machen. Und kannst dann hier Schimmergrad spielen. Okay. Also kannst du hier einen Dungeon dann machen. Cool. Ähm. Schließend vor mir im Dorf Lake Bar ab. Verabschiede dich bei Oberhaupt Horden. Verabschiede dich von Meisterhandwerker Ur. Okay. Dann machen wir das. Ciao. Hast du vor, zum Madrig-Kloster zu gehen? Jo. Verstehe. Ich habe mich schon gewundert, warum die Soldaten es so eilig hatten. Ich bedauere nur, dass wir dir und Prinz Terrain nicht mehr helfen konnten. Für alles, das ihr getan habt. Aber jetzt können wir alle auf eine Sache zählen. Lutera hat erneut Hoffnung. Und das alles dank dir. Wir sind dir für all deine Taten unglaublich dankbar. Mögest du auf deinen Reisen stets sicher sein. Bitte nimm dir genug Zeit, um dich gut auf deinen Aufbruch vorzubereiten. Alles kein Ding. Ich habe den Twitch-Chat hinter mir. Ist gar kein Problem. Äh. Da passiert mir nichts. Dann bin ich unverwundbar. Du bist hier. Haha. Und? Hat meine Krone ihren Zweck erfüllt? Jo. Hat sie. Was? Du gehst zum Madre-Kloster. Hast du dich gut vorbereitet? Was? Ich soll mir keine Sorgen machen? Nun. Ich bin beeindruckt. Aber ich glaube, du überstürzt das etwas. Ich hatte auch gehofft, einen Blick auf dieses Schwinger-Schwert zu erhaschen. Ich habe gehört, dass das Schwert dem Prinzen einige Sorgen bereitet haben soll. Ich habe das Gefühl, dass das Schwert dem Prinzen gerade testet. Das ist zumindest meine Vermutung. Er braucht bestimmt noch eine Gelegenheit, um sich der Herausforderung zu stellen. Hm. Das ist bestimmt schwer zu verstehen. Wenn man kein Oma ist. Mach's gut. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich mag dich. Ich bin mir sicher, dass du ganz groß rauskommen wirst. Haha. Hohohoho. Okay. Jo. So. Dann reparieren wir einmal alles. So, wie es sich gehört. Es kommt mir vor wie das Ende aller Tage. Sind die Gerüchte wahr? So. Flussfisch-Eintopf. Das kommt mir vor wie das Ende aller Tage. So. Ach, dann habe ich schon gekauft gehabt. Folgen wir einmal im Tee. Die Gerüchte wahr? Ich habe den schon gekauft gehabt. Und verwendet. Ähm. Was soll's? Äh. Was wollte ich jetzt eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Entblößte Schwachstelle, agile Bewegung, Nervenknotenangriff. Kritische Wahrscheinlichkeit, bloß 15%. Ja, das hört sich doch gut an. Was haben wir hier noch? Ach, du Schande. Handwerksfreischaltung. Okay. Fischen. Meistersammler. Jagen auf der Spur. Holz fällen. Chop, chop, chop. Arbeitsenergie. Gib 900 Arbeitsenergie aus. Haben wir alles gemacht. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Auf in den Kampf. So, so viel Kopfvererz. Falsch. So viel Kopfvererz, was hier rumliegt. Da werden wir zum Glück jede Menge abgebaut. So, dann schauen wir mal, was ist das Kloße? Was ist hier hinten eigentlich noch? Nur mal eine Neugierde. Aha. Ganz viel nichts. Okay. Drück mal Leertaste. Ah, okay. Also, das Pasch ist gleich, wie wenn man normal läuft. Bloß, dass man mal einen kurzen Satz nach vorne macht. Okay. Gut zu wissen. Habe ich ganz vergessen, dass du das erwähnt hattest vorhin. Envil. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Okay. Als ich den Hof des Klosters fegte, griffen plötzlich Dämonen an. Also bin ich hierher geflohen. Aber jetzt kann ich das Gebäude nicht mehr betreten, weil Dämonen vor dem Eingang lauern. Könntest du dich vielleicht um diese Dämonen kümmern? Und könntest du bitte meinem Lehrerpater Hendrin sagen, dass es mir gut geht? Besiege die Kragulyten der Dunkelheit. Envil, der Priester, in Späh fegte gerade den Hof des Klosters, als er von Kragulyten der Dunkelheit angegriffen wurde. Obwohl er entkommen konnte, war es ihm nicht möglich, das Kloster erneut zu betreten. Ich sollte ihm den Weg bereiten und seinem Lehrer Hendrin Bescheid geben, dass Envil in Sicherheit ist. Ich bin Tenon und ich gehöre einer Einheit an, die von Sir Benath geführt wird. Okay. Ich muss leider zugeben, dass ich von den Dämonen floh, als ich hier stürzte. Wäre Priester Envil nicht gewesen, wäre ich bereits tot. Du suchst also Prinz Tyrion und Armel. Sie waren auf dem Weg zum Kloster, um Sir Benath zu retten. Aber die Situation ist leider hoffnungslos. Unsere Truppen, angeführt von Sir Benath, sind so gut wie komplett vernichtet. Mehr erfährst du von Abderferien beim Kloster. Ja. so so haben wir das irgendwas habe ich jetzt verwendet ok Ich hab's wenigstens ein paar Items oben drauf. Ist doch schon mal nicht schlecht. Zack. So. Nicht in diesem Gebiet. Okay, keine Ahnung, wo dann der Schatz da sein soll. Sagst du, dass du weißt, wo Envel sich aufhält? Er ist also in Sicherheit. Ich dachte schon, er würde von den Dämonen umzingelt werden und zu Schaden kommen. Nein, er hat überlebt. Hab Dank. Mögen die Götter mit dir sein. Du bist die Abenteurerin von der Prinz Cyrene erzählt hat. Richtig. Sir Bannert riskierte sein Leben, um die Priester zu beschützen. Dank ihm konnten wir die Dämonen davon abhalten, das Kloster zu betreten. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie den Untergrundkanal nutzen würden. Sir Bannert ging in die Katakomben, um die Dämonen aufzuhalten. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Prinz Rain eilte auch dort hinunter, als er hörte, was passiert ist. Du solltest ihn unter dem Kloster finden. Ich hätte nie gedacht, dass die Dämonen über den unterirdischen Kanal hier eindringen würden. Ich werde es nicht zulassen, dass solche Monster den heiligen Boden des Klosters betreten. Nicht einmal unter Tage. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann diese Dämonen vernichten, die dieses Heiligtum schänden. Besiege Unterwelt-Dämonen. Erfährend, der Abt des Metric-Klosters konnte nicht länger sein Zorn über die Dämonen verbergen, die das Kloster über den Untergrundkanal infiltriert hatten. Obwohl die Priester dank Sir Bannerts Hilfe fliehen konnten, würden die Angriffe der Dämonen so nur noch zunehmen. Ich sollte die Dämonen im Untergrund des Metric-Klosters beseitigen. Kriege ich hin. Triebauter aktiviert. Achso, Moment, hier geht es lang. Dann, 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 dann. So, der fehlt noch zwei Stück davon. Fehlt noch einer. Oh nein, Mist. Sehr gut. Melde dich bei Feerin. Äh, haben wir wieder irgendwas zum... Ne, Ausrüsten haben wir nix. Kein besseres Equipment gefunden. Sehr schade. Danke, jetzt können sich die Geflüchteten sicher fühlen, die hier Zuflucht suchen. Dumm, dumm. Ich solle mich an die Dorfbewohner. Hm, das ist ein bisschen unangenehm. Könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten. Ich habe einen Schüler namens Piamo. Er sagte, er wolle seine Schwester Rivela besuchen, die wohl mit Prinz Tyrion hinterher hier zurückgekehrt sein soll. Er ist aber nicht zurückgekommen, aber er sollte eigentlich inzwischen die Reise zum Dorf Freyad zurückgeschafft haben. Es ist möglich, dass er noch im Dorf ist und er und seine Schwester stehen sich recht nah. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Könntest du auf dem Weg die Augen nach ihm offen halten? Finde den gefallenen Mönch. Hendryn sorgte sich um seinen Schüler Piamo, der verschwunden war. Piamo hat darum gebeten, das Dorf Freyad besuchen zu dürfen, da seine Schwester Rivela als Ritterin in Tyranns Armee zurückkehren sollte. Aber Hendryn machte sich Sorgen um die Dämonen in der Region. Ich entschied mich, Piamo zu suchen. Okay. Wir müssen erstmal die Klosterruindonen freimachen. Dann machen wir den Rest aber sehr gerne. Klacki-klacki. Mätere Katakomben betreten. Ja, besichert das. Okay. Alter Mann, ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ich fürchte nicht mehr lange, wie ich darauf gehofft hatte, mit eigenen Augen zu sehen, wie ihr die Krone an euch nehmt. Amen. Gibt es nichts, was ihr tun könnt? Eure Hoheit, für mich ist es zu spät. Sagt so etwas nicht. Schericht wird dafür büßen, das schwöre ich. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss stets an sich selbst glauben. Der Bezwinger wird wieder strahlen. Benutzt ihn, um Lutera zu altem Glanz als Ritterkönigreich zurückzuführen. Ich glaube an Das ist meine Schuld. Ich hätte nie um Hilfe bitten sollen. Verdammt! Verdammt! Wow. Das lief nicht so gut. Scheint als wäre Prinz Tyran untröstlich. So hat er sich noch nie verhalten. Hm. Ja, weil du ihn auch ja schon sein ganzes Leben lang kennst. Denkst du, es gibt einen Weg, um Tyran aufzumuntern? Nihon. Nihon. Sir Benard war für ihn wie ein Großvater, besonders nachdem seine Majestät seinen Vater verloren hatte. Hm. Dieser freundliche Lord hat schon immer ein Gefühl des stolzes Prinzen von Lutera gefördert. Ich erinnere mich, wie sie sich nett unterhielten, während sie zusammen dem Lied der Tapferkeit lauschten. Sir Benard muss Tyran unglaublich viel bedeutet haben. Tja. Das Lied der Tapferkeit. Kennst du es zufällig? Ich hoffe, Sir Benard kann irgendwie aufgemuntert werden. Klar. Es gab ein Problem. Notenblatt. Lied der Tapferkeit. Irgendwie muss ich gerade an Zelda denken, aber ich finde es irgendwie lustig. Und das Lied ist cool. Zumindest auf der E-Gitarre. Das Lied der Tapferkeit. Das war sein Lieblingslied. Kommt. Wir haben viel zu tun. Allerdings. So. Sprich mit Theraine. Danke. Du bist immer für mich da. Und stets eine große Hilfe. Immer wieder gerne. Wir sehen uns draußen. Okay. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu verzagen. Ich muss für alle stark bleiben. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Okay. 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 Ich verstehe nicht, dass Kopuro die Musik aushat. Ich finde das mega cool. Ach, da ist er. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Dann mach eine Lösung draus. Die Einheit des alten Mannes. Ich meine, Sabernards Einheit kann als Kernstärke unserer Truppen... Was? Kann als Kernstärke unserer Truppen angesehen werden. Aber wenn es so weitergeht... Er meinte sie mich nicht so an. Ich habe Amel bereits von meinen Sorgen erzählt. Und er gab mir eine weise Antwort. Ja, okay. Er meinte, wir sollten uns mit einer Fraktion treffen, die sich noch für keine Seite entschieden hat. Mir wurde berichtet, dass ein Dorf namens Freyad nahe dem Kloster gibt. Ich werde dorthin reisen, um eine Miliz auszuheben. Könntest du in der Zwischenzeit Amel fragen, ob er uns helfen kann, die Unterstützung der Kriegspriester vom Metric-Kloster zu erlangen? Ich würde dich selbst fragen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ein weiterer Priester wie Amel sie fragen würde. Ich will nicht, dass sie unnötig belastet werden. Bitte mach weiter. Okay. Gar kein Problem. Ein neues Amulett. Ich bin begeistert. Mit Abt Efren sprechen? Ähm, ja, das habe ich bereits. Tatsächlich war ich auf der Suche nach dir, um über diese Sache zu sprechen. Abt Efren hat schon immer den verstorbenen König und unseren Prinzen unterstützt. Vielleicht möchtest du den Abt lieber selbst fragen. Ich werde mich inzwischen um die Verwundeten im Kloster kümmern. Bitte begib dich schon mal zum Dorf Raiad. Okay. Mögen die Götter mit dir sein. Hab Dank. Aber natürlich, ich werde der Bitte von Prinz Raiad nachkommen. Sehr gut. Ich habe bereits Vorbereitungen dafür getroffen, als ich hörte, dass Sir Bernard auf dem Weg war. Das Mätere Kloster wird an der Seite von Prinz Raiad kämpfen. Bitte berichte Zenon, dem Hauptmann der Kriegspriester, für meine Absicht. Jedoch gibt es da etwas, das mir Sorgen bereitet. Du musst wissen, dass Zenon etwas stur sein kann. Die Angriffe auf die Krönungszeremonie und auf Sir Bernard deuten klar auf die Möglichkeit hin, das Scherrecht mit den Dämonen im Bunde ist. Aber das können wir noch nicht beweisen. Zenon ist jemand, der solide Beweise braucht, um sich überzeugen zu lassen. Aber er fühlt sich auch verpflichtet, Gefallen zu erwidern. Könntest du also ein paar der Dämonen ausmerzen, die das Kloster angreifen, wenn du auf dem Weg zur Zenon bist? Ich bin sicher, dass du das Thema dann viel leichter ansprechen kannst. Kein Problem. Kriegen wir hin. Achso, ich musste oben lang. Nee, hier unten. So, dann töten wir ein paar Dämonen. Warum auch nicht? Rechte Kristalle kaputt machen? Nee. Besiegebeschwörer der Dunkelheit. Okay, die kriegen wir nicht kaputt hier. So, Höllenhunde der Dunkelheit besiegen. Okay, wir hier. So, brauchen wir noch einen Höllenhund und haben wir das. Ich hör zumindest schon mal einen hier hecheln irgendwo. Höllenhund? Höllenhund? Ja. Na geht doch. So. Finde den gefallenen Mönch. Ich meine, wenn der Mönch gefallen ist, dann ist die Frage, warum ich noch nach ihm suchen soll. Ähm, Handschuhe eines Roth-Hand-Söldners. Das Roth-Hand-Söldners sind berüchtigt dafür, alles zu tun, um an Gold zu kommen. Die ungeheure Menge an Blut, die an ihren Händen klebt, ist ein Zeugnis für ihre Gnadenlosigkeit. Ihre Hände waren tatsächlich fast ununterbrochen mit Blut besudelt, sodass ihre roten Handschuhe zu ihrem Markenzeichen wurden. Glaubst du, diese Bastarde haben ihre Handschuhe aus der Haut von Menschen und gefertigt? Wäre gruselig, was? Wo ich das wissen will? Frag besser nicht. Du wärst tot, bevor ich es dir sagen kann. Sehr schön. Ein uraltes Notizbuch, schwarze... Achso. Haben wir schon. Okay. Das haben wir schon mal gelesen. So, ich will ganz kurz da hinten die Nebenquest machen. Gefallener Mönch. Da ist ein Tagebuch im Gewand, dieses gefallene Mönchs. Morgen kennt meine Schwester zurück. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Ich war so froh zu hören, dass sie wohl auf ist. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Meine Rivella wird eine Retterin im Dienst von Prinz Serain. Was für ein freudiger Tag. Morgen werde ich mich früh auf den Weg machen und sie begrüßen. Das wird ein toller Tag. Well. Leider nicht. Abenteurin, ich möchte mich einen Gefallen bitten. Oder Armin, es tut mir voll leid. Weißt du, freut sich auf einen schönen Tag und dann, ähm... Ja. Ende das so böse erprobt. Das ist schade. Abenteurin, ich möchte dich meinen Gefallen bitten. Ich habe Schwester Magi losgeschickt, etwas Weihwasser zu schöpfen. Aber nicht, aber nicht Schwester Knorr, es ist Schwester Magi. Äh, um die Dämonen abzuwehren. Aber sie ist noch nicht, äh, wieder da. Könntest du nachher sehen? Finde Schwester Magi. Obwohl, äh, Martell Magi nach Norden schickte, um das Weihwasser für den Kampf gegen die Dämonen zu finden, machte er sich Sorgen, weil sie noch nicht zurückgekehrt ist. Ich beschloss, Schwester Magi zu suchen. Was? Du musst mir helfen. Lasse Schwester Magi wissen, wenn du fertig bist. Sie ist weit hinten. Entzünde die Heilige Fackel erneut. Der Außenbereich des Mareklosters wurde vom Heiligen Feuer gereinigt. Die Heilige Flammen wurden anscheinend gelöscht, als die Dämonen angriffen. Martell, der Kriegspriester, der die Heiligen Fackeln bewacht, bittet mich, diese erneut zu entzünden. Ich weiß, Und das war Dann den